Ich bin voll entspannt. Für so einen Pipi-Lauf, wo ich mit drin bin, da klebst jetzt neue Reifen, weil du total entspannt bist. Am Sack die Haare, die fliegen so weg bei dir. Ich hab da keine, ist immer schön blank rasiert. Und alles für die Nachbarkeit. Ja genau. Ohne Sträucher sieht die Bombe aus. Du hast da keine Eier hängen, sondern Stachelbeeren. Die musst du aber auch rasieren, oder? Da ist dann eine Weintraube danach.